Hey Leute, was geht? Hier spielt man Eure Quickscope-Echse. Und heute zur neunten Setterdebiet, was dir dann wieder mal ist, der Kroni dabei, der sich einen Profil anrufen hat. Ja, also ich kann mit dem Profil von Faceman nicht drauf spielen, weil ich ja gebannt wurde, erstaunlicherweise. Ja, Gometin. Ich habe nichts gemacht, aber bin gebannt worden. Egal. Ich wünsche euch nachträglich frühe Weihnachten und schönes neues Jahr. Und weil ich ja dazu kein Video draus gehauen habe, weil ich selber in meiner Familie Zeit verbracht habe. Ich glaube, wir sind erst übrigens. Bei mir ist das ganz gleich, wenn man spricht, einfach für mich. Ja. So, wieviel Gold hast du? Drei. Drei. Ah, ich habe auch noch mal vier Neues. Verpässt dich. Verpässt dich. Nein, nein, er hat mich runtergeboxt. Nein, ich bin genau und ein solches Ding. Warte mal, kommt er jetzt. Der kommt, der kommt, der kommt. Wie hässlamäßig das an. Der passt halt einfach bei mir aus. Ja, bei mir auch. Hey, 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 hey. Er hat einfach mal null Knockback. Ja, unser Ball ist down. Egal. Ich habe ihn jetzt mit der Faust niedergeboxt, diesen One Zone. Okay, wir machen das jetzt trotzdem noch. Ja, komm. Packen wir. Eins. Alter, wie mein Skin einfach so scheiße aussieht. Ich glaube verpackt. Kann das sein, dass der Skin einfach verpackt ist? Bei mir siehst du ganz normal aus. Ja, ich sehe dich auch ganz normal aus. Aber mein Skin sehe ich voll verknüppelt. Ja, meine nicht. Sag nicht, du bist gestorben. Ne, ich habe den runtergekickt. Da kommt einer, kommt einer. Ich muss nicht verbissen, ich habe 9 Gold. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu leise. So schnell ein Eisenschwert. Was noch am Boden? Gönn dir. Ähm, soll ich mich Eisen bauen von der Seite aus? Ich glaube, der hat eh noch keinen Bogen. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm. So. Oh, so. Aber er verkämmt sich jetzt bei uns hier. Und ich brauche es bei mir. Er könnte sich nach vorne nehmen und dann eine Brücke, also eine Stufen nach oben bauen. Ich glaube, dann würde ich den kriegen. Er hat nur Anti-Nochberg. Ja, ich da habe ich, den habe ich schon einmal gepostammt. Und Notberg starb da. So, 6 Gold habe ich noch mal. Ich will es nicht riskieren, Leute. Ich bin da eher, wer echt ist, wenn wir die Runde nach reißen würden. Leute, wie gesagt, wenn der Parto lang wird, macht zwei Teile aus. Ich will es nicht. Bei jedem Video sagen, wir haben schon die 150 Abonnenten, Leute. Also, wichtig. Nein, es ist einfach nur. Nichts sehr. Ich bin auch zu Hause wieder mal gewesen und habe gestehen. Weil 150 Leute... Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. 150 Leute schauen mir andauernd... Naja, andauernd nicht... Ich glaube, jeder schaut nicht immer jedes Video von mir an. Aber... Ich finde das einfach so nice, Leute. Ich wollte einfach mal nur Danke sagen zu euch. Weil... Ja... Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Also... Alles so... Also... Alles so... Ich glaube, äh... Ich habe ein... Sie immer Brust von... Ich habe mein Gericht für dich. Also... Ja... Ich bin... Bist du mit? Ja... Und... Komm schon... Komm schon... Äh... Noch einer von blau... Jaja... Ich habe schon gesehen... Wir können ja alle nichts... Jo... Jo... Alter... Okay, jetzt... Geht's dir? Okay... So... 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 So macht man das, Leute? Genau, und wenn das Bett zur Stadt ist... Juckt uns nicht... Einfach mal in die Mitte... Hahaha... Leute habt... Hahaha... What the fuck... Alter... Einer nach dem anderen springen einfach mal eins in Sonntag... Hat... Suizid? Warte mal... Gelb lebt auch nur noch einer... Vielleicht mal den besten Pogen gemacht... So... Du hast verfallen... So... Jo... Du hast verfallen... Ja, Marcel... Du kannst eigentlich dich zu Gelb bauen... Aber der hat Eis nicht... Warte mal, ich will mich auch ausdrüsten... So... Warte mal, ein Eng... Ja... Ich sag' mir war noch ganz kurz... So... Ich mach' mir eIssensperte... Okay... Ja ja, ich hab' noch... Not just... Ah... Das muss ich nachhende aufnahme geben... Alle Kämpfer... Ja, du kannst mich mal besser gesagt... So... So... alle ich habe beiden einmal die Hände und beide sind einfach mal runtergefallen nicht ein bisschen mit dem Gold und dann Enderkerle nicht so Joop können wir machen verpistig wie schlecht er braucht es in Mitte das erste Wunder ich ich die Gärten nach dem Punkt ins Prozent ich habe nicht gehört dass er zu starten der Geld ist und ausgehen er ist gequittet ich hab da ein wenig angst warte mal da der gegner kommt wie viel gold hast du okay ich mache jetzt mal ich mache jetzt mal enderpearl die leben für den suizid ich hab's mir auch gerade gedacht okay haben wir noch 9 gold ist in der chest schau mal wo ich bin ich sehe es ist zwar auch ein bisschen riskant aber ne ich sag nicht okay ich hab die enderpearl verhoffen egal ja sonst kommen wir mit der enderpearl schon nicht dann sagen wir ja dann sagen wir ja und bis zum nächsten mal leute haut rein